Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Tafers, liebe Gäste, ganz herzlich willkommen zu dieser Bundesfeier 2022 hier in Santoni in der Gemeinde Tafers. Es ist nicht nur eine Bundesfeier, wir haben das schon in den Medien gehört, es ist auch ein ganz besonderes erstes Fest in der fusionierten Gemeinde Tafers. Wir haben ein ganzes Vollseitungsprogramm, uns ist wichtig, dass es für alle etwas hat, dass es Strassenkünstler kommen, Zauberer, Feuerkünstler, Musik vom Ländler, die drei Dorfmusikern spielen, aber auch junge Bände, die Musik machen, rockiger für die jungen Leute. Und man musste sich ja anmelden, habt ihr vielleicht gerade Zahlen, also wovon erwartet ihr heute? Wir haben heute Morgen noch einmal geguckt, da sind sich rund 800 Leute angemeldet, aber wir haben auch alle gesehen, die nicht dazu kamen, dass sie dürfen. Wir rechnen etwa mit tausend Gästen. Seid ihr damit zufrieden? Ja, sehr zufrieden, weil das ist wirklich eine der grössten Herausforderungen gewesen, abzuschätzen wie von Leuten, die hier kommen, weil es eben das erste Fest ist in dieser Grösse. Das ist super. Untertitelung des ZDF für funk, 2017